Halli, hallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, nee, nicht zu Tomb Raider, zu Lara Croft und der Tempel des Osiris, heute mal auf Deutsch. Und ich bin der Onkel und wieder mit einem Status der Odin. Einen wunderschönen. Ja, und ich bin zwei da, hier. Und die Döns. Oh, hier sind die Hand von Dinger. Was sind die Dinger? Achso. Das nützt uns alles nichts. Hier oben will der Kamm. Wie viel brauche ich? Kostet 1000, ich habe 1300 Euro. Ich habe eine Waffe. Ungewöhnliches Amulett gefunden. Oh, da drüben ist auch noch was. Die wissen, Kater. Ich behalte das gute Stück. Oh, gut. Sicher ist sicher. Was ist denn? Energie. Bus. Ener. Nehmen wir mal. Irgendwas mit Einzug. Irgendwas mit Energie und Einzug oder was bis ich. Da muss man nur irgendwo zurückkommen. Wo ist eine Plattform, wo wir zurückkommen? Machen wir die Granate bitte weg. Ich habe Angst, dass wir nicht drüber laufen. Du aus Versehen. Oder vielleicht über die... Da rüber vielleicht noch ein Stück weiter. Da war doch aber eigentlich immer irgendwo eine Plattform, wo wir reisen konnten. Hast du noch eine gehölt? Ja. Ich habe ja nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich will mal voraus. Benjamin, du kleiner Elefant. Bitte, 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 bitte. Entschuldigung. I Cups, hier ist es. Wenn ja nicht. Guck mal. Ah, siehst du? Oh, warte. Jetzt hört sich die Frage... Oh, fuck. Ernsthaft jetzt? Na, warte. Ich wollte da drüber. Ich wollte den... Hoppala. Hier komme ich mich nicht hoch. Ach, jetzt. So, warte, bleib mal hier. Was ist denn da? Hä? Was machst du denn? Ich will den Totenkopf holen. Der ist ein Totenkopf. Wer da ist? Da ist keiner. Dann haben wir doch vor uns schon geholt. Warum wird der mir hier noch angezeigt? Das hättest du schon gehabt. Da drüben. Da ist keiner mehr. Da? So. Toll. Halluzination. was gemacht Achso Achso Ist bestimmt nachher wichtig, wenn da irgendwas rauskommt Ah, da! Hier siehst du Halt, ich muss ja auch Nein Doch! Da hat sie zu drüben aufgegangen Achso, drück mal den Knopf dann Ich habe hier unten gedrückt, also du musst nochmal weiter vor Runter musst du kommen Oder warte, bleib wieder oben, ich geh Das hier raus Genau, mach mal Mach mal Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist Achso Da hoch und da rüber Ja Wollen wir das Ding erstmal hochheben lassen Das ist das Schwachsinn Juppi! Ah hier unten Alles klar Wo willst du denn jetzt hin? Wieder willst du denn da? Da will die Kugel wiederholen So Nein Alter Ja Geht nur irgendwann hoch, Digga Hm? Geht irgendwann hoch, auch wenn ich Zeitlupe mache, Dingsda Bumsda Ja, ich weiß Ja, ich weiß Und? Ich nix geteilt Oh Na warte mal, hol mich mal rüber Oh, komm mal her hier Drück mal Licht Ich glaube, wir müssen da vorne mal hoch Hol mich mal hoch Hol mich mal hoch Hol mich mal zurück Hey, hol mich mal hoch Ich will da rüber Ich will das Ding kaputt machen erstmal Licht öffnet sich dann irgendwas Bist du doch nicht kaputt, dafür bräuchte ich doch wieder meinen Zauberstab Ich hab einen mächtigen Wald jetzt Zauberstab Na dann Ja komm Der macht ja nicht gerade Kannst du ran springen an die Wand? Kann nicht mal lösen Ich kann die Hand löst du mal, ich kann nicht machen So Schau mal herz Warte Nee Dann müssen wir hier vorne irgendwie sitzen Okay Hier Da komm ich nicht rüber Da komm ich nicht rüber Nein, geht nochmal Aber irgendwie Nee Hä? Da geht aber das hier nicht auf Ach, guck mal da drüben Hier Ich bin auf dein Gegenüber lebt Genau auf der gegenüberliegenden Seite dort oben Hm? Genau auf der gegenüberliegenden Seite da oben Hä? Hallo? Du musst doch rufen hier Das ist ja die ganze Zeit Das ist ja die ganze Zeit Das ist ja die ganze Zeit Ich bin auf der weg der weg und das ist das da unten muss der ratter jetzt wieder mal sprengen müssen oben und komm her ich komme nicht hin ich weiß nicht ich kann die kugel nicht alleine laufen lassen du hast mich nicht raus gelassen ich weiß ja nicht wo ich hin mit leute mit der kugel aber ein stück zurück und ich komme nicht weiter hoch also ich glaube ich bin schon rot ich komme nicht weiter gerade fest ich komme nicht raus das ist der nächste schalter dort erstmal hier ja ich will mal wissen was soll man damit der schutzkugel hier machen du bist ja oben noch mal sprengen denke ich mal ich weiß nicht, ich muss mal runtergucken ich sehe sie nicht na komm rüber hier ich komme nicht raus hier hallo jetzt das mach mal Licht aus bitte ich habe jetzt sagen ich mal dynamit gepackt dann kann ich das aufmachen für dich dann kann ich das aufmachen für dich na na klar, jetzt schwärmen wir noch mal weg na klar, jetzt schwärmen wir noch mal weg es geht ja hoch, du idiot die weite Seite, oder? Weiß ich nicht Geht nicht hierher, komm hier, hier Ja, fuck Aber ey Komm doch immer Komm schon Guck mal, genau Alter Was für eine schwere Geburt ey Oh Dann, bis zum nächsten Wohin geht's Bring einfach hinterher Guck mal, hier muss ich irgendwo hin Geht ja auch nirgendwo lang Dann muss ich vielleicht mal gucken, ob der sich hier rüber schießen kann Nee, da geht's nicht durch Ich kann mir jetzt irgendwie diese Balken wegbolzen Ich wollte die Säulen vielleicht, dass die weggehen Nee, nee, die Säulen hier nicht weggehen Was ist denn mal los? Nee, die muss hier runter Achso, meinst du, dass die Bombe kaputt macht oder was? Nee, natürlich Natürlich So bin ich nicht Was geht denn diese Tue? So kurz warten Leuchtet schon, leuchtet schon rot Okay, leuchtet schon rot Hmm Hmm Was ist die denn hier? Guck mal nochmal drüber, ich will mir die Plattform nochmal angucken Was ist denn hier eigentlich? Hier oben, warte, warte mal Die vielleicht hier hochvornimmt? Nee, da haben wir sie hier hergeholt Vielleicht hier, wo ich gerade bin Ich würde die doch vom Wasser aus da hoch sprengen müssen Ach, nö Ach, Onkel Weißt du, ich habe doch nichts gemacht, ich bin... Ach so Also brauchen wir sie nicht dahin bringen Muss irgendwo anders hin hier Hier hoch, warte mal, hier, 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 hier hoch Hier irgendeinen Grund haben, warum man das hier alles machen kann Warte mal, vielleicht kann man Die dann einfach hier hoch sprengen und jetzt kann man doch hier das Tor wieder aufmachen Sehen wir da oben, dass... Guck mal, mal liegt, äh, jetzt noch mal liegt an Hä? Ach, nein Ja, komm her Wenn es dann irgendwie mal weg ist, ist es weg Wenn es dann irgendwie mal weg ist, ist es weg Spring Oh, nochmal, warte mal, ich habe nichts Scheiße, guck mal, ob es jetzt zu weg ist Mit Schild aufstehen Was machst du wieder dicht? Da war ich doch grad Oh Ach so Oh, jetzt ist er weg Ich muss mich jetzt nur noch da hinlassen Ja, ich werde hier die ganze Zeit hin und her schleudert Ja, warum gehen wir hier unendlich? Das ist doch auch komisch, oder? Hm Fuck Na, warum gehen wir hier unendlich? Das ist doch auch komisch, oder? Jetzt Warte mal Ich roll die mal kurz nur so... Vorsicht Was machst du denn jetzt? Roll die mal ein Stück weiter So, stopp Mal zurück, dass ich Nirgendwo rufrollen Ich will die andere mal holen Da brauchst du doch die dazu Nee, nee Lass mal los, komm mal hinterher, ich komm doch nicht mit dem Bildschirm nicht so weit Ach Habe ich gesagt, da brauchst du die dazu Habe ich gesagt, da brauchst du die dazu Habe ich gesagt, da brauchst du die dazu Das sind jetzt schon wieder dran Warte mal hoch aber es gibt bestimmt auch wenn ich noch mal zurück macht es nicht das machst du nur andauernd ich wollte dir dass du das licht machst da will ich ja auch gleich mal was Hier muss der her. Aber dein Licht da drüben kannst du trotzdem machen. Er explodiert vielleicht doch erst gar nicht. Weil das explodiert ja die ganze Zeit schon nicht. Du musst mal dein Licht drüben machen. Warte, ich geh mal hin. Dann kannst du dir da oben gleich das nur aufmachen. Ach, Quatsch. Du musst erst mal da. Dann kannst du dich hier hochziehen. Ja. So, jetzt kannst du selber drüber hüpfen. Das Licht kaputt machen. Mal warte, 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 warte. Wir müssen hier definitiv die noch hier runterholen. Warum? Ja, um weiterzukommen, vertraut mir einfach. Das muss drüber. Du musst da unten den Schalter machen. Nee, da drüben. Rechts, rechts, rechts. Hoch mit dir. Warte mal, ich lasse das Ding nochmal explodieren. Was da? Was willst du denn anders hin? Das muss dahin. Wie willst du das denn da hinkriegen? Vertraue mir. Wie das da hinkriegen willst du? Wenn du das jetzt gemacht hast, musst du unten da erstmal Dynamit zünden, bei dem R, dass ich da weiterkomme. Da unten weiter gerade... Ja, da hoch, da hoch. Da machst du jetzt Dynamit, dass ich da vorankomme. Genau, dann komme ich nämlich hier durch. Waren wir mal Dynamit. Das ist hochgegangen. Ach, scheiße, ich glaube, ich war jetzt nicht zu drücken. Na! So, und die muss... Wie ist denn die ganze Zeit, Mann? Die muss denn nämlich da hoch. Und dann... Hier hoch müssen wir das Ding kriegen. Aber wo geht's ja auch durch? Guck mal hier. Da brauchen wir das ja nicht öffnen. So, wir müssen das Ding nur... So. Wir müssen das Ding nur runterkriegen. So. So. Wir müssen das Ding nur runterkriegen. oh ja das ist okay so und da musst du jetzt von da oben sehen dass du das dynamit irgendwie da hochkriegt dass er da oben genau so finde genau muss da hoch muss da rüber rennen ist da aber noch mal das licht ausschalten hat da war da war da und dann soll es nicht hochgehen das ist noch klar dass wir mit dynamit machen dynamit man machte einfach dynamit da bitte leuchtet schon rot ich weiß nicht wie ich das hochgehen soll damit dynamit das kriege ich nicht mit dynamit muss da aber auch mit dieser stufe ohne das ist aber die stufe unten gehabt ja ich muss ich kann dann halt nur du musst du dynamit dann in relativ nah ranpacken dass ich dann machen was du wirst du dich immer wieder aufkommen jetzt ist alles zeitlich ein bisschen knapp die ist egal die geht ja sowieso nicht verstehe ich nicht warum die nicht geht so eine bombe ist ohne mensch wir könnten eigentlich mal den part verlassen ein paar machen hier die schnell schnell am stück machen so du musst drüber du musst dich jetzt beeilen ich kann nicht lange die plattform unten lassen sonst geht die bombe hoch genau ich habe hier loskommt wird fertig wenn ich jetzt bei So. So. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Ich lass die gleich runter. So. Schnell, 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 schnell. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, vielleicht schaffen wir es im nächsten Part. Und wenn es euch gefällt, lasst ja einen Daumen da, wenn nicht, dann halt eben nicht. Und ein Abo wäre cool und kommentieren wäre auch schön. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Kommentieren ist immer toll. Bis denn. Richtig. Ciao. Tschüttl.